Hi zusammen und willkommen zu unserem fünften Tag hier in Silverstone. Wir hatten heute auf jeden Fall einen aufregenden Tag. Es ging heute früh los mit Scrutineering. Das hat etwas gedauert, aber war dann auf jeden Fall erfolgreich. Im Anschluss ging es dann relativ zügig zum Excel und direkt danach zum Skidpad, was beides noch hätte besser laufen können, aber das bleibt uns dann für die nächsten Wettbewerbe auf jeden Fall noch offen. Auf jeden Fall kam dann das Highlight, nämlich das Autocross und da hat Peter eigentlich sofort bei der ersten Runde eine Hammerzeit hingelegt, die auch nachher kein Team mehr schlagen konnte und darauf werden wir auf jeden Fall morgen aufbauen. Und ja, willst du noch was sagen? Stadix. Stadix waren teilweise gut. Wir waren in den Design Finals. Ergebnisse gibt es morgen. Business und Kost war nicht so gut, aber war okay. Wir freuen uns auf morgen und jetzt noch die schönsten Bilder des Tages. Viel Spaß! Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.